Bildungspolitik ist Politik, die auf Gestaltung, Legitimation und Administration des Bildungswesens zielt. Bildungspolitik in Deutschland Zur Bildungspolitik gehört in Deutschland die Verwaltung der Schulen und Hochschulen, die im Wesentlichen auf Länderebene von den Kultusministerien wahrgenommen wird. Zunehmend werden auch Bildungsziele in der vorschulischen Betreuung definiert. Die Zuständigkeit für die vorschulische Betreuung ist bislang dennoch typischerweise nicht bei den Bildungs-, sondern den Sozialministerien angesiedelt. Laut Grundgesetz ist die Bildungspolitik Sache der Bundesländer. Dies hat dazu geführt, dass sich die Schulsysteme in Deutschland teilweise stark zwischen den Bundesländern unterscheiden. Durch die regelmäßigen Kultusministerkonferenzen wird versucht, die wichtigsten Dinge einheitlich zu regeln. Dazu gehören unter anderem die Dauer der Schulferien und ihre Terminierung sowie die Aufteilung eines Schuljahres. Unterschiede gibt es bezüglich der Lehrpläne, der Abschlussprüfungen am Gymnasium, der Anzahl von Schuljahren, dem Fächerangebot, den Schultypen und beim Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule. Vereinzelt gibt es aber auch innerhalb eines Bundeslandes Unterschiede. So ist im größten Teil Baden-Württembergs erste Fremdsprache Englisch, nur entlang der Grenze zu Frankreich ist es französisch. Ähnlich sieht es bei den Hochschulen aus. Unterschiede gibt es hier insbesondere bezüglich der Finanzierung und möglicher Studiengebühren. In diesem Bereich der Hochschulbildungspolitik wurden Versuche des Bundes die Bildungshoheit der Länder zu beschneiden. In den vergangenen Jahren nicht zuletzt vom Bundesverfassungsgericht untersagt. Umstritten bleibt auch, welche Rolle die Europäische Union und ihre Organe in Fragen der Bildungspolitik einnehmen dürfen und wie auf internationaler Ebene angesiedelte Abkommen bzw. Absprachen auf die Politik der Länder zurückwirken. Da die Bundesländer für die Bezahlung der Lehrer und Professoren sowie den Bau der Schulgebäude zuständig sind, spiegeln diese Bereiche oft auch die aktuelle finanzielle Lage des Bundeslandes wieder. Bis zu der am 1. September 2006 in Kraft getretenen Föderalismusreform diente neben der Kultusministerkonferenz auch die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung der Koordination der Bildungspolitiken der 16 Bundesländer. Über das 1994 gegründete Zentrum für Hochschulentwicklung übt die Bertelsmann-Stiftung erheblichen Einfluss auf die deutsche Bildungspolitik aus. Der UN-Bildungsbeauftragte von Normunas übte im Februar 2006 Kritik an der mangelnden Chancengleichheit in der deutschen Bildungspolitik. Bildung sei in Deutschland von sozialer Herkunft stärker abhängig als in den meisten anderen entwickelten Staaten. Munos kritisierte auch den Föderalismus in der Bildungspolitik. Siehe auch Bildungsbenachteiligung, Bildungsreform, Bildungsparadox Bund demokratischer WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler Bundesministerium für Bildung und Forschung Zweiter Bildungsweg Bildungssystem in Deutschland Deutscher Bildungsrat Freier Zusammenschluss von Studentinenschaften Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hochschulreform Inklusive Pädagogik Studentenprotest Wissenschaftspolitik Kuhle Schule der Kiffur 21 childhood 2018 Drei Be sai gidiger Drei Drei Drei